Der Coach ist, hat nämlich auch das Drehbuch geschrieben, aber nicht 50 Jahre lang. So alt ist er nämlich gar noch nicht. Plötzlich hatte ich bei dir, dass ich selber mit dem Haas spielen könnte. Wir haben den Haas, wir haben den Haas, schau jetzt! Das ist eigentlich schön, noch mit dem Haar zu haben. Wow!